Erzengel Gabriel Tagesbotschaften Empfangen durch Shelley Yang Übersetzt von Yvonne Moore 31. August 2022 Als Empathen und Sensible haben viele von Euch von Natur aus tiefes Mitgefühl für andere, auch für diejenigen, die Euch verletzt haben. Das ist eine wunderbare Eigenschaft, aber Euer Mitgefühl für diejenigen, die Euch verletzt haben, sollte nicht größer sein als Euer Mitgefühl für Euch selbst. Ihr könnt verstehen, dass ein Mensch Euch aufgrund von ungehaltenen Aspekten verletzt hat, der sie vielleicht auch hat. Das zu erkennen ist weise, weil es Euch ermöglicht, ihm zu vergeben, aber Ihr müsst auch wissen, dass er, solange er nicht die Heilung dieser Aspekte an oberste Stelle setzt, es wahrscheinlich wieder tun wird. Das soll nicht heißen, dass Ihr keine Liebe und kein Mitgefühl für diesen Menschen empfinden könnt. Weit davon entfernt. Es bedeutet lediglich, dass Ihr Euch vielleicht noch einmal überlegen solltet, ob Ihr ihm den Zugang von Vertrauen gewährt, bis er in der Lage ist, Euch mit der Liebe und dem Respekt zu behandeln, den Ihr verdient. Ursache und Wirkung sind keine Bestrafung. Sie sind ein natürliches Ergebnis, das die Verantwortlichkeit fördert und letztendlich eine Veränderung und eine Entwicklung ermöglicht und fördert. Wenn Ihr jemandem erlaubt, sich weiterhin als eine minderwertige Version seiner Selbst zu zeigen, werden dadurch schmerzhafte Zyklen weiterlaufen und das Wachstum und die Ausdehnung und Entfaltung aller Beteiligten nicht unterstützt. Gesunde Grenzen werden, sofern sie aus einem weisen und bewussten Raum heraus geschaffen werden, immer einen Verbindungspunkt finden, der den Respekt, die Sicherheit und die Ermächtigung alle unterstützt und das ist sehr im Einklang mit dem, was Euer empathisches Herz sich wirklich wünscht. Erzengel Gabriel durch Shelley Young Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, erstmal zum Witz des Tages. Ich will jetzt nicht so sarkastisch sein, aber da hat jemand geschrieben zum aktuellen Channeling vom Arktorianischen Rat, Ego nähernd und 0815 Aussagen. Ja, und was sag ich? Ich hab das Channeling vorgelesen, Leute, und sofort bin ich unfassbar müde geworden. Das heißt, da war so viel Power drin und so viel Wahrheit gerade, was die September-Energien angeht und irgendjemand wird jetzt sagen, es ist doch noch gar nicht September, ihr müsst noch ein bisschen warten. Ja, so funktioniert das aber nicht. Oft sind im Ende des Monats schon diese September-Energien vorhanden. Die werden dann nur beschrieben. Also die werden nicht erst am 1. September um 0 Uhr irgendwie eingeschaltet, sondern sie sind schon da. Sie stehen schon zur Verfügung und sie werden uns dann oft nur eben in diesen Energie-Updates erklärt und ich kann euch einfach nur sagen, das hatte wahnsinnig viel Power. Und je mehr wir uns natürlich erinnern an unsere anderen Leben auf anderen Planeten, desto souveräner werden wir mit jeglicher Situation hier umgehen, weil wir dadurch merken, dass wir eben zwar in dieser Welt leben, aber nicht von ihr sind. Und besser als über diese außerirdische Vergangenheit kann man das gar nicht empfinden und erklären auch. Genau, also nur so viel dazu. Also das war ziemlich heftig, weil ich um diese Zeit nie müde bin. Da lege ich mich nicht nochmal hin. Das ist meine Hauptarbeitszeit. Die ist eh so ein bisschen flexibel, aber diese Zeit, gerade so zwischen 15 Uhr und 20, 21 Uhr, da bin ich echt topfit. Da ging aber gar nichts. Da musste ich mich wirklich nochmal hinlegen. Ich wollte eigentlich noch einen Lichtweltverlag-Text vorlesen, aber das ging überhaupt nicht. Das war Bleiern ohne Ende. Hatte ich schon lange nicht mehr, weil ich ja doch immer ganz gut ausschlafe. Ich sorge dafür, dass ich nicht zu müde bin. Gerade bei der Arbeit bin ich, wie gesagt, eigentlich topfit. Also das war schon sehr deutlich. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das auch gemerkt habt. Also ich merke es ja indirekt. Klar, man hätte natürlich diese Energien auch ganz speziell wahrnehmen können. Aber diesmal war es einfach wieder über die Müdigkeit. Und als ich aufstehe, lese ich halt den Kommentar. Und jetzt fand ich schon sehr witzig. Da wollte ich euch kurz dran teilhaben lassen. Ja, was haben wir hier? Empathen und Sensible, die wir sind. Da wird uns mal wieder empfohlen, die Mitte zu finden und bloß nicht dieses Opfertum zu leben. Auch nicht, und darum geht es bei mir, kam sofort rein, es geht um die Familien. Um unsere Menschen, die wir uns auch ausgesucht haben, um bei ihnen aufzuwachsen, um mit ihnen auch viel zu tun zu haben. Es geht ja nicht darum, dass wir unsere Familien komplett ausblenden. Aber wir müssen schon gucken, dass wir nicht über das Verständnis, das wir für diese Menschen haben. Also bei mir ist es meine Familie, meine Eltern und ich habe mir ganz oft erklärt, warum die so sind. Das heißt, die sind Kriegsflüchtlinge, haben wirklich zum Teil schrecklichste Dinge erlebt, auch auf dieser Flucht. Mein Vater hat ganz früh seinen Vater verloren. Meine Mutter, die hatte nie einen Vater, weil da ist was schiefgegangen. Und meine Oma, die war sehr früh schwanger mit meiner Mutter. Und das war zu dieser Zeit ein absolutes No-Go. Da hat man eine alleinstehende Mutter, die auch so jung schon Mutter war, nicht mit dem Hintern angeschaut. Also die hatte seitdem auch nie wieder einen Mann in ihrem Leben. Also das sind wirklich gruselige Umstände. Und meine Oma war meiner Mutter auch wirklich böse. Also die ist sehr viel geschlagen worden von meiner Oma, meiner Mutter. Und hatte auf jeden Fall nicht das liebevolle Umfeld, das man sich wünscht. Und jetzt gab es ein paar Bestrafungen in meinem Leben, die auch zum Teil zu Unrecht geschahen und auch so ein bisschen hinrichtungsmäßig gewirkt haben. Aber es war eigentlich nur so erniedrigend, in Anführungsstrichen nur. Aber ansonsten habe ich mit Gewalt in meiner Familie nichts zu tun gehabt. Und das ist ja eigentlich schon eine großartige Leistung von meiner Mutter, dass sie diesen Kreislauf durchbrochen hat für sich. Weil sie es ja so kennengelernt hat. Und man sagt natürlich immer so leicht, wenn man das selbst erlebt hat, dann macht man das garantiert nicht. Dann tut man das seinem eigenen Kind nicht an. Ja, so funktioniert es aber tatsächlich nicht. Es wird normalerweise weitergegeben. Und das ist schon großartig, dass sich jemand dagegen entscheidet und dann doch sehr anders ist. Aber darüber hinaus war sie nicht fähig zu einer großen emotionalen Nähe zu ihrer Familie, zu ihren Kindern. Das hat sie nicht geschafft. Mein Vater auch nicht. Also mein Vater hat mir noch nie gesagt, dass er mich liebt. Gibt es nicht. Ist für weiche. Ich weiß nicht, wie er da denkt. Aber natürlich habe ich Verständnis. Der hatte ja auch nie einen Vater. Hat quasi überhaupt keine Idee, wie Männer sich gegenüber Kindern verhalten. Hat einfach sein Bestes gegeben. Und aus der heutigen Sicht war das nicht so dolle. Aber man hat das größte Verständnis. Alles gut. Nur, jetzt habe ich mich natürlich noch weiter entfernt von meiner Familie. Über verschiedene Dinge. Über verschiedene auch Lebenseinstellungen, die ich habe. Über Glaubenssätze, die ich aufgelöst habe. Das heißt, ich bin wirklich gar nicht mehr kompatibel oder fast gar nicht mehr kompatibel mit diesen Menschen. Und das Beste, das ich daraus machen konnte, war, diesen Menschen nicht die Chance zu geben, mich weiterhin zu verletzen. Und deswegen habe ich mich weit zurückgezogen. Und wir telefonieren jetzt momentan so alle ein bis zwei Monate. Und mittlerweile ist es ja eh schon lange. Ich habe letztens tatsächlich über 20 Minuten mit meiner Mama telefoniert. Mit meinem Vater gar nicht. Der ist im Hintergrund. Den grüße ich dann lieb. Mehr geht da nicht. Und das hört sich jetzt erstmal schrecklich an. Aber das ist total gesund. Weil es geht tatsächlich um meine psychische Gesundheit. Diese Menschen tun mir auf Dauer und gerade wenn man länger mit ihnen zusammen ist, nicht gut. Die haben eine komplett andere Wahrnehmung dieser Welt. Es wird nicht viele Themen geben, über die ich mit ihnen sprechen kann. Was spricht man denn dann? Der Veganer. Über das Essen kann ich mit ihnen nicht sprechen. Da haben sie zwar einen gewissen Respekt davor und haben eine Ahnung, dass das gar nicht so ungesund ist, was ich da mache. Aber sprechen kann ich mit ihnen darüber nicht, weil ich ihnen dann ja ein schlechtes Gewissen machen würde. Das will ich ja auch nicht. Und über Politik kann ich auch nicht mit ihnen sprechen. Das ist in Familien auch manchmal schwierig, aber über Weltgeschehen. Mein Vater sitzt ja ganz viel vom Fernseher und hat sich viele, viele Meinungen gebildet über viele, viele Themen. Und das ist gruselig. Ganz schwierig. Weil er natürlich ganz viel davon glaubt, was da erzählt wird. Und dann habe ich noch nicht über Außerirdisch gesprochen. Ich meine, ihr Sohn liest Texte vor, die durchgegeben wurden von Außerirdischen. Auch noch höherdimensionalen Außerirdischen. Also, da muss ich ja aufpassen, dass sie das nicht checken, was ich hier mache. Ansonsten halten sie mich für komplett verrückt. Versteht ihr? Das funktioniert nicht. Ja, beim Schnitt ist mir gerade aufgefallen, weil ich da meinen Vater oft erwähne, dass er eben nicht fähig ist, diese Liebe auszudrücken. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich das von meiner Mama bekomme. Ich erinnere mich allerdings, bei der letzten Dreamscape, die haben wir mischen lassen von einem relativ bekannten Produzenten. Und der hat eben auch eine süße Familie. Der war gerade auf dem Absprung. Das heißt, der hat dann gar nicht mehr so viel in der Musikbranche machen wollen, sondern hat sich ein Restaurant zugelegt. Und hatte auch schon angefangen, sich einen Essensliefer-Service aufzubauen. Der hatte einfach Lust, was ganz anderes zu machen. Und ich war da auch relativ viel im Studio und habe ihm dann über die Schulter geschaut. Und er hat dann auch oft kommuniziert mit seinen Kindern. Und allein, wie er schon immer rangegangen ist, wenn er gemerkt hat, das ist eins seiner Kinder, sofort immer, oh, sweetie. Und auch immer so einen ganz anderen Tonfall gehabt. Total liebevoll, total süß. Und du denkst dir, was für ein lieber Papa ist das. Und ja, das kenne ich ja nicht. Und natürlich habe ich mir das ja ausgesucht. Also jetzt auch wieder nicht falsch verstehen. Das ist nichts, worunter ich jetzt noch leide. Das ist aber ein Lebensweg. Man muss das irgendwann verstehen, dass es eben so ist. Und dass man dann das Beste draus macht. Das ist vollkommen klar. Wie gesagt, ich bin für viele Sachen auch dankbar. Ich habe keine schlechte Kindheit gehabt. Überhaupt nicht. Aber es hätte auch besser sein können. Und ich habe schon Mitgefühl für mich, was dieses Thema angeht. Ich habe auch Verständnis für mich, woher es kommt, dass ich und übrigens auch meine Schwester mit fehlender Selbstliebe stark zu tun gehabt haben. Weil das in unserer Kindheit sicher nicht aufgebaut wurde. Und wir natürlich, wie das bei Kindern so ist, irgendwie die Schuld dafür bei uns gesucht haben. Das hat sich komplett unterschiedlich ausgedrückt bei meiner Schwester und mir. Aber man kann da schon einen roten Faden erkennen. Der Trick ist natürlich dann, dankbar zu sein, dass man sich diese Familie ausgesucht hat, die einem dieses Thema aufgezeigt hat. Fehlende Liebe. Zu sich selbst, zu anderen. Weil meine Eltern lieben sich ja selbst auch nicht mehr. Wenn man die Liebe seinen Kindern gegenüber nicht ausdrücken kann, dann kann man mal davon ausgehen, dass es mit der Selbstliebe auch nicht so weit ist. Und genau das ist das Thema dieser Familie. Nur wenn man das erkennt, dann muss man diesen Kreislauf durchbrechen. Dann geht es darum, sich ein Stück weit auch rauszunehmen aus diesem lieblosen Mechanismus. Und hier geht es ja dann auch wirklich ganz konkret darum, das soll nicht heißen, dass ihr keine Liebe und kein Mitgefühl für diese Personen empfinden könnt. Also ich liebe meine Menschen. Ich habe vorhin dann on the fly übrigens Person als Mensch vorgelesen. Aber ja, ich lasse es jetzt mal drin. Weit davon entfernt. Es bedeutet lediglich, dass ihr es euch vielleicht noch einmal überlegen solltet, ob ihr ihnen den Zugang von Vertrauten gewährt, bis sie in der Lage sind, euch mit der Liebe und dem Respekt zu behandeln, den ihr verdient. Ja, also eindeutiger geht es gar nicht. Genau das, was ich jetzt gesagt habe. Dann eben auch dieses Fazit, das ich gerade eben schon gezogen habe. Ursache und Wirkung sind keine Bestrafung. Sie sind ein natürliches Ergebnis, das die Verantwortlichkeit fördert und letztendlich eine Veränderung und eine Entwicklung ermöglicht und fördert. Das könnt ihr natürlich nur bei euch selbst bewirken. Ihr habt keinerlei Möglichkeiten, eure Eltern zu beeinflussen oder diese Menschen zu beeinflussen, außer dass ihr ihnen zeigt, dass es anders geht. Also beispielhaft voranzugehen, ist da wirklich das Motto. Ich würde jetzt zum Beispiel niemals, um eine Diskussion wegen des Essens zu vermeiden, nicht mehr Veganer sein, wenn ich meine Eltern besuche. Dieses Beispiel, damit müssen sie umgehen können. Das ist ganz klar. Und das ist kompliziert, wenn man essen geht. Und ich weiß jetzt schon, mein Papa macht sich dann Gedanken, weil die haben direkt nebenan ein Restaurant. Und das ist auch das Einzige, wo mein Vater noch hingehen kann. Und das dauert ewig, weil er solche Knieschmerzen und Beinschmerzen hat mittlerweile. Die haben sich schon überlegt, ob sie einen Rollstuhl besorgen, damit ihr wisst, wie ernst das ist. Und wenn wir da essen gehen würden und ich dann einfach erstmal suchen müsste, ob es da irgendwas gibt, außer einem gemischten Salat, was ich da essen kann, dann würde mein Vater eben eigentlich auch aus einem tatsächlich netten Grund, weil er ja will, dass es mir gut geht. Und dann möchte er aber auch, dass es mir dort genauso schmeckt wie ihm. Und das würde natürlich bedeuten, ich soll am besten noch das gleiche essen wie er. Da sind wir auch wieder beim Thema, also Jazzmusik, Rockmusik und lange Haare, kurze Haare. Also eigentlich sollte ich alles so machen wie er und dann wäre ich richtig in der Welt. Und klar, das geht nicht. Aber ihr dürft weiterhin natürlich beispielhaft eure Dinge umsetzen. Jetzt habe ich keine Familie mit dabei. Das wäre für meine Eltern vielleicht nochmal schön. Hätte ich jetzt eine Familie mit an Bord und könnte ihnen zeigen, wie man auch mit Kindern umgehen kann, dann könnte das vielleicht was auslösen oder etwas bewirken. Aber andererseits sind auch schon viele Züge abgefahren für meine Eltern. Denen geht es auch gesundheitlich immer schlechter. Meine Mama kann nicht mal mehr täglich in der Küche stehen, um irgendetwas zuzubereiten. Die bestellen sich mittlerweile schon Essen auf Rädern. Und es gibt kaum etwas, was mich mehr geschockt hat in den letzten Jahren, was ich über meine Eltern erfahren habe, wie schlecht es ihnen gesundheitlich eigentlich geht. Weil meine Mama hat es geliebt, in der Küche zu stehen und für andere was Leckeres zu kochen. Das kann sie auch richtig gut. Also die hat im Laufe ihres Lebens wirklich gut kochen gelernt. Da kann man ihr nicht viel vormachen. Natürlich bestimmte Dinge, also auch nicht alles. Aber sie hat dann sogar, als sie noch in München war, auch in der Kirche gearbeitet und sich da engagiert und Kochkurse gegeben. Obwohl sie natürlich kein ausgebildeter Koch ist. Aber sie hat viele Rezepte in ihrem Leben schon umgesetzt und neu dazugelernt. Und das hat ihr wirklich sehr viel Freude bereitet. Und dass dann sowas wegfällt, weil man einfach nicht mehr so viel stehen kann und weil auch alles ein bisschen zu schwer ist, wenn man dann Sachen heben muss und so. Das ist schon höchst alarmierend, würde ich sagen. Ich werde sie herausfinden, ich werde sie ja vermutlich Ende Oktober besuchen. Weil da hat mein Papa Geburtstag und wenn, wie ich schon gesagt habe, sich die Situation mit den Hotels dann nicht total verschärft, dann ist es glaube ich eine gute Idee, da mal vorbeizufahren und ein paar Tage mit der Familie zu verbringen. Wichtig ist aber auch, und da geht es ja hier weiter, wenn ihr jemandem erlaubt, sich weiterhin als eine minderwertige Version seiner selbst zu zeigen, werden dadurch schmerzhafte Zyklen weiterlaufen und das Wachstum und die Ausdehnung und Entfaltung aller Beteiligten nicht unterstützt. Also ihr könnt natürlich total vergessen, dass wenn ihr dann, wie ich jetzt, so eine Familie habt und sie besucht, dass das nichts mit euch macht. Ihr werdet schon auch dann Erlebnisse haben, wo ihr merkt, das tut meiner Schwingung nicht gut. Gute Entscheidung, dass ich da nicht so oft bin. Das wird sicher auch logischerweise das Fazit sein, auch wenn das hoffentlich nicht das einzige sein wird, was ich dann dort mitnehme, logischerweise. Aber mal abwarten. Und deswegen ist es so wichtig, gesunde Grenzen zu ziehen und dafür braucht man eben die heilig-männliche Energie. Die zieht Grenzen und schützt die heilig-weibliche Energie, die eben dann das Empathische, das Sensible bedeutet, das Empfangende. Und daran merkt man das, ob jemand bis zur Selbstaufgabe sich mit Menschen umgibt, die ihm nicht gut tun, oder ob er für sich schon arrangiert und verstanden hat, dass das so nicht geht. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und gesunde Grenzen bedeutet auch nicht, dass man sich komplett von Menschen löst. Also aus der Familie sich komplett rauszuhalten und gar keinen Kontakt mehr zu haben, das ist sicher nicht sinnvoll bei meiner Familie. Ich kann es nicht für jede Familie sagen. Grundsätzlich sind es halt eben Wachstumsaufgaben und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich dieser komplett zu verschließen. Aber das muss jeder selbst wissen und das sind natürlich bei anderen Familiengeschichten größtmögliche Aufgaben. Ich meine, da geht es natürlich auch dann um Gewalt, um sexuelle Gewalt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine viel größere Herausforderung, sich dem dann zu stellen. Das muss jeder natürlich für sich selbst wissen. Letztendlich hat man es sich aber auch wieder aus einer höheren Ebene betrachtet, sich ausgesucht, dass man das so erlebt. Und es geht darum, diese Themen auch zu bearbeiten und darüber hinaus zu wachsen. Hier wird ja nochmal beschrieben, dass gesunde Grenzen auch dafür sorgen werden, dass immer ein Verbindungspunkt gefunden werden kann, der den Respekt, die Sicherheit und die Ermächtigung aller unterstützt. Und das ist sehr im Einklang mit dem, was euer empathisches Herz sich wirklich wünscht. Ja und noch eine Geschichte. Ich hatte kurz eine Pause jetzt im Podcast und da wurde mir noch ein Gedanke geschenkt, weil es ja um die Energien vorher ging. Es geht auch immer um die Energie der Übertragung. Ich weiß, dass ich die auch weitergebe. Also ihr müsst nicht unbedingt die Originalvideos von Daniel Scranton ansehen, was auch zum Teil ganz witzig ist, weil es einfach witzig klingt, wie er das macht. Da klingt der arkturianische Rat ein bisschen anders als bei mir. Aber bei mir ist diese Energie auch enthalten. Zusätzlich natürlich auch zu meiner Schwingung, was auch wieder ein bisschen was beeinflusst und verändert. So ist es halt. Und das bedeutet, dass eben nicht nur die September-Energien dann dafür sorgen, sondern wenn ich sowas vorlese, auch die Übertragung der Energie des Channelings. Und das kann man nicht trennen von der Information. Das wäre ungefähr so, als wenn ihr Jesus bei euch daheim einladen würdet und ihm sagen würdet, ja aber deine Schwingung kannst du schön daheim lassen. Ich will nur mit dir sprechen und ich will nur Informationen. Das geht gar nicht, ja. Der wird euch anschauen, was willst du von mir? Weil die Energie ist ja immer dabei. Die Energie, die Schwingung ist immer da. Und genauso ist es auch bei hochschwingenden Texten. Wenn man die respektvoll behandelt und wie wir dann eben auch vorträgt, dann fließt auch diese Energie des Channelings durch mich hindurch und ist auch in den Spiritscape-Videos dann vorhanden. Und das macht auch was mit mir. Also kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt die September-Energien waren, die mich vorher ein bisschen flachgelegt haben, oder ob es auch um die Channeling-Energien ging. Kann ich euch nicht sagen, ja. Der Arktorianer in mir sagt, es hat viel mit dem Channeling zu tun. Ja, na gut ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen, haut rein, bis dann, ciao, servus, wuhu. Oh, yippee! Ich freue mich auf, haut rein, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.